Diese Woche hat sich in Davos die Elite aus Wirtschaftspolitik am World Economic Forum, dem WEF, getroffen. Man hat dort nicht zuletzt auch über Strategien diskutiert, wie das Wirtschaftswachstum wieder angekurbelt werden kann. Doch kann die Wirtschaft unendlich wachsen? Ist die Gier nach Macht und Geld wirklich erstrebenswert oder doch viel eher ein geistiges Gift? Einer, der die Weltwirtschaft seit Jahren kritisch beobachtet, ist Karl-Heinz Brodbeck. Karl-Heinz Brodbeck ist Ökonom und bekannt geworden mit der buddhistischen Wirtschaftsethik, die er über Jahrzehnte entwickelt hat. Karin Ueltschi hat den Wirtschaftsethiker in München getroffen. Karl-Heinz Brodbeck, in den letzten Wochen hat man von riesigen Gewinnen in zum Teil Milliardenhöhe von Banken gehört, aber auch andere Firmen haben hohe Gewinne gemacht im letzten Jahr. Ist die Krise vorbei? Es hat sich in den letzten, man kann ruhig sagen, 20, 30 Jahren eine fundamentale, eine strukturelle Veränderung ergeben. Das, was früher in der Volkswirtschaft eine dienende Funktion hatte, das Banksystem, der Finanzmarkt, die Finanzierung von Investitionen, hat mehr und mehr die Kontrolle über die reale Wirtschaft übernommen. Und diese Art von Kontrolle hat sich dann auch noch verselbstständigt, man hat abgeleitete Finanzprodukte entwickelt. Und in diesem Sektor können sich Gewinne entwickeln, völlig unabhängig von der realen Ökonomie. Also es kann so sein, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben und trotzdem macht der Finanz- und Banksektor immer noch hohe Gewinne. Heißt das, dass das auch eine Augenwischerei ist, diese Gewinne, dass eigentlich die Wirtschaft gar nicht wirklich anfängt zu boomen? Da muss ich differenzieren. Es wird ja der Banksektor in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, also wo alle Leistungen und Güterproduktion eines Jahres zusammenfassen, der wird ja dazugerechnet, so als würde jemand Schuhe, Autos oder Lebensmittel herstellen. Das addiert man einfach. Und wenn der Banksektor wächst, wächst auch das gesamte Bruttoinlandsprodukt und es sieht so aus, als gäbe es Wachstum. Also von daher gesehen ist es scheinbar ein reales Phänomen. Es hat irgendwas mit Wachstum zu tun. Tatsächlich ist es aber ein fiktives Phänomen insofern, als die Gewinne, die dort erwirtschaftet werden, im Wesentlichen kreditfinanziert sind. Jetzt heißt es ja immer in der Wirtschaft, es braucht Wachstum, es muss immer mehr wachsen. Ist das wirklich zukunftsträchtig? Wenn wir jetzt mal weggehen von der Entwicklung der letzten Jahre, dann kann man sagen, Wachstum heißt ja nichts anderes als realer Güterzuwachs. Mehr Dienstleistungen, mehr Güter werden produziert. Hinter diesem Wachstum stecken letztlich Innovationsprozesse, also Neuerungen, Veränderungen der Wirtschaftsstruktur und so weiter. Die erzeugen real das Wachstum und daraus gehen dann Gewinne hervor. Und wenn man aus diesen Gewinnen Renditen bezahlt, nur in der Höhe, in der Gewinne erzielt worden sind, dann kann man sagen, dann ist eine Wirtschaft einigermaßen in Ordnung. Sie muss dann ja nicht unbedingt in die Breite wachsen. Also es muss nicht so sein, dass wir immer noch mehr Lebensmittel, immer noch mehr Güter, noch mehr Autos, noch mehr Häuser und so weiter verbrauchen. Sondern es kann ja auch so sein, man nannte das früher das intensive Wachstum. Das Wachstum, wo die Qualität der Dinge zunimmt oder wo wir uns mehr Dienstleistungen leisten können. Das verbraucht wenig Ressourcen und ist ein Wachstum, das uns nicht schädigt. Also man muss sehr genau unterscheiden, ist es ein Wachstum, das nur in den Zahlen steht oder ist es ein Wachstum, das auch tatsächlich mehr Ressourcen verbrauchen, solche Dinge beinhaltet. Letzteres, da sehe ich schwarz, das können wir nicht endlos weiterführen. Die Erde ist nun mal von endlicher Größe und die Rohstoffe im Erdmantel sind von endlicher Größe. Wir können nicht beliebig weiter wachsen. Sie, Karl-Heinz Brodbeck, plädieren für eine buddhistische Wirtschaftsethik. Was genau enthält die? Es gibt einen Buddhismus als Religion, den man privat praktizieren kann, man meditiert, macht bestimmte Rituale. Das ist dann aber mehr oder minder Privatsache. Und dann gibt es noch einen Buddhismus als Philosophie. Und das ist analytisch, da versucht man was zu erkennen. Und gerade diesen Weg habe ich in den letzten Jahrzehnten beschritten, dass ich diesen analytischen Aspekt der buddhistischen Philosophie auf Wirtschaft angewandt habe und herauszufinden versuche, wie man mit diesen buddhistisch-philosophischen Konzepten vielleicht etwas besser versteht, was man aus der westlichen Tradition nicht so gut verstehen kann. Die buddhistische Diagnose, wenn ich es in einem Satz sage, lautet, wir alle leben in Abhängigkeit und wollen das nicht gern wahrhaben. Wir bauen alle unseren Ich-Käfig auf, unser Ich-Territorium und das verteidigen wir dann auch und sind ganz stolz darauf und glauben, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich übertreibe, glaube ich, nur wenig, weil wenn wir ehrlich sind, dann sind wir so. Und der Ich-Käfig ist aber ständig von Dingen umgeben und von Menschen umgeben, die vergänglich sind. Das ist todsicher so, dass alles vergänglich ist. Und was tun wir dagegen? Wir greifen nach außen, um in unseren Lebensumkreis mehr Dinge hereinzuholen, mehr Personen, die nett zu uns sind. Das ist das Greifen. Und das andere ist, jeder Versuch von uns etwas zu wollen, das lehnen wir dann ab aus dieser Ich-Illusion raus und das verwandelt sich bis hin zum Wettbewerb und zum Hass. Was ich jetzt genannt habe, sind die drei Geistesgifte im Buddhismus. Verblendung, Gier und Hass. Und mir ist gleichsam in einem kleinen Erleuchtungsmoment plötzlich klar geworden, diese drei Geistesgifte, die im Buddhismus seit 2500 Jahren beschrieben werden, das ist exakt die Beschreibung unserer Wirtschaftswelt. Was ist diese Ich-Blindheit? Das ist, ich lege nur Wert auf Besitz, Eigentum, also da baue ich mein Besitzt-Territorium auf, da ziehe ich an, ich will Geldbesitz haben, ich will reich sein. Das reicht aber nie. Daraus entsteht dann die Geldgier, das ist das zweite Geistesgift. Da wir aber viele sind, die geldgierig sind, begegnen wir uns auf dem Markt wechselseitig und geraten in Konkurrenz zueinander zum Wettbewerb bis hin zu ganz unschönen Formen. Eine Wirtschaft braucht es ja trotzdem. Wie sollte die dann aussehen? Der Punkt ist, wollen wir wirklich ein befriedigendes, ein zufriedenstellendes Leben oder verfolgen wir nicht zum Teil auch sehr irrationale Ziele? Zum Beispiel, wer nach Geld strebt, um etwas kaufen zu können, das ist ja noch etwas ganz Vernünftiges. Da sagt man, wir leben in einer Welt, ich biete Arbeitsleistungen an, ich bekomme dafür Geld und dafür kaufe ich mir wieder Güter. Das ist ja eine ganz vernünftige Arbeitsteilung und das ist eine ursprüngliche Funktion des Geldes, wo man eigentlich sagen kann, das ist ja eine ganz kluge Einrichtung. Daraus hat sich aber historisch etwas anderes entwickelt. Es hat sich daraus entwickelt, dass man, wenn man schon bestimmte Geldsumme hat, die kann man benutzen, strategisch einsetzen, etwas einkaufen, wo hinterher mehr rauskommt. Und dieses Streben nach mehr Geld hat sich vollkommen verselbstständigt und das ist eine völlige rationale Haltung. Ist es nicht aber auch etwas sehr Menschliches, dass die Menschen vermehren wollen oder reicher werden wollen und das buddhistische System eigentlich an sogenannte Gutmenschen appelliert, aber die Menschen nicht so sind? Ja, das ist eine Formulierung, die sehr häufig verwendet wird, dass man sich hinter dem Gedanken versteckt, es gibt so eine Menschennatur und wir können eigentlich nichts ändern. Und der Mensch ist halt so. Nun, das würde ich absolut bestreiten. Erstens kann man sehr gut beobachten, es gibt andere Menschen, die handeln völlig anders, die handeln selbstlos, mitfühlend. Das gibt es auch. Warum gibt es das dann, wenn der Mensch so ist? Warum sind dann einige Menschen ganz anders? Dann gab es Epochen, Geschichtsepochen. Es gibt Perioden in Krisen, wo die Menschen plötzlich einander wieder helfen, wo sie füreinander da sind. Dann haben sie eine ganz andere Wahrnehmung. Was ich damit sagen will, ist, die Erfahrung lehrt, all diese Haltungen sind veränderbar, sind ein Ergebnis von Erziehung, sind ein Ergebnis dessen, was in den Medien auch, sagen wir, an wissenschaftlicher Theorie so in verdünnter Form wiedergegeben wird. Ja, die Märkte machen. Nein, wir machen die Märkte. Und wenn wir eine andere Motivation einüben, werden die Märkte anders werden. Also im Buddhismus geht man sehr wohl davon aus, dass die menschliche Natur nicht eine Konstante ist, sondern etwas sehr Formbares. Darum gibt es diese Übungen. Einübung von Mitgefühl, von liebender Gütepraxis, von Meditationspraxis. Mitgefühl muss ich mir das so vorstellen, dass ich jetzt, wenn ich Geld habe und jemand bettelt, dass ich dem zum Beispiel etwas gebe oder dass ich Leuten irgendwas schenke. Oder wie ganz konkret soll dieses Mitgefühl dann sein? Also einem Bettler Geld zu geben, das wäre natürlich, das ist ganz nett und ich habe nichts ergeben. Und selbstverständlich gebe ich auch einem Bettler Geld, wenn ich darum gebeten werde, gebe ich was und wenn ich das kann. Aber das ist nicht die Pointe am Mitgefühl. Das Mitgefühl, wenn ich jetzt einen Augenblick ein bisschen philosophischer werden darf, Mitgefühl ist zunächst mal eine ethische Position, Altruismus. Also ich bin für die anderen wenigstens auch da. Der Buddha hat gesagt, indem ich auf mich selbst achte, achte ich auf die anderen. Indem ich auf die anderen achte, achte ich auf mich selbst. Also das ist gemeint. Weder ich bin nur für die anderen da, die dürfen mich aussaugen, noch ich bin nur für mich da. Und was den anderen passiert, ist gleichgültig, sondern es ist wirklich, ich erkenne mich in einem Kontext, in einem sozialen Kontext. Mitgefühl ist eigentlich der ethische Ausdruck der gegenseitigen Abhängigkeit aller Lebewesen. Karl-Heinz Brotbeck, Sie kritisieren den Kapitalismus mit all seinen Auswüchsen, ganz besonders die Gier, die sich ausgebreitet hat. Das Gegenteil von Kapitalismus wäre ja jetzt der Sozialismus. Würde jetzt diese Vorstellung von Gleichheit der buddhistischen Wirtschaftsethik entsprechen? Also im Buddhismus hat man keine Vorstellung von Gleichmacherei. Gerechtigkeit ist was anderes als Gleichheit. Also der Kommunismus hat ja tatsächlich versucht, Menschen gleich zu behandeln, gleich zu machen. Und zwar auf eine sehr totalitäre Weise von außen. Die bisher ausprobierten kommunistischen Formen waren eine blanke Katastrophe. Also der Stalinismus ist ein anderes Gewaltsystem. Da gibt es keinerlei Nähe zum Buddhismus. Die alte, eher ideale sozialistische Vorstellung, dass die Gemeinschaft mindestens so hoch zu stellen ist wie das Individuum, wenn wir diesen gemilderten Sozialismus betrachten, dann würde ich sagen, da gibt es eine gewisse Nähe zum Buddhismus. Der Dalai Lama hat früher öfters gesagt, eigentlich bin ich mit meinem Herzen Sozialist. Er anerkennt zwar, dass der Kapitalismus dynamisch, was Fortschritt angeht, technischen Fortschritt und solche Dinge Vorteile hat. Das wird er anerkennen, aber vom Herzen her sei er ein Sozialist. Also insofern kann ich Ihnen recht geben, es gibt vom Ideal Sozialismus, nicht von dem, was wir als sogenannten realen Sozialismus beobachtet haben, gibt es vielleicht eine gewisse Nähe. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass ein Anhänger einer gezähmten Marktwirtschaft, wie es ja mal im Ideal der sozialen Marktwirtschaft steckte, dass der mit seiner buddhistischen Überzeugung wunderbar klarkommt und da keinerlei Widerspruch sieht. Es kommt wirklich darauf an, dass wir immer, egal in welchem System, das Mitgefühl zur Geltung bringen. Das kann ich im Sozialismus genauso wie in der vernünftigen Marktwirtschaft. Das heißt also, in einem buddhistischen Wirtschaftssystem wäre es gar nicht vorgesehen oder das Ideal, dass alle gleich viel hätten, sondern es gäbe genauso Unterschiede zwischen Reich und Arm. Was wäre dann wirklich der konkrete Unterschied? Einfach, dass man mehr Mitgefühl hat miteinander? Nein, dass die Gier nicht als eine Tugend gilt. Das ist schon mal der erste Punkt. Die Gier ist nicht die Tugend, sondern dass man die gegenseitige Abhängigkeit anerkennt und dass man sagt, wenn ich gewinnen kann und da keine Schädigung der Natur und eines anderen Menschen damit verbunden ist, zum Beispiel weil ich eine Erfindung gemacht habe, ich bringe ein neues Produkt auf den Markt, dann haben alle was davon, dann ist es ja prima, der soll ruhig reich werden. Der hat ja was geleistet. Aber wenn ich reich werde, getrieben von einer blinden Geldgier, durch Manipulation der Märkte, durch Spekulationsprozesse, durch derivative Prozesse und durch eine Beherrschung eines gesamten Systems, wie es im Banksystem der Fall ist, das wäre mit einer buddhistischen Ethik nicht zu vereinbaren. Also das schöne Wort Win-Win-Situation wäre eigentlich für eine buddhistische Ethik bezeichnend. Ja gut, wenn man nicht zu viel Wert auf Win in Geldform sagt, Win muss irgendwas mit Geld zu tun haben. Man kann ja auch dadurch gewinnen, dass die Menschen wirklich fragen, was will ich denn eigentlich mit dem Geld? Ich will ja meine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse? Ich habe Bedürfnisse nach Nähe, nach Liebe, nach Zuneigung. Gibt es da nicht einen direkten Weg? Muss das alles über den Konsumrausch laufen? Ich sitze einsam zu Hause, dann kommt der Gehaltscheck und dann muss ich diese Zuneigung befriedigen, indem ich das nächste Kaufhaus renne und das damit zudecke, das Glücksgefühl. Also der Buddhismus kann ziemlich genau erklären, wie glücklich sein geht. Und glücklich sein geht nicht so, dass ich materiell unbedingt immer mehr konsumieren muss. Das heißt ja, dass es nicht einfach nur um einen Verzicht geht, also dass ich mir immer denke, oh, jetzt muss ich auf das verzichten und auf das, sondern dass das Bewusstsein sich ändert, dass die Leute dann gar nicht mehr das Bedürfnis haben, eben immer mehr und mehr zu haben. Ich plädiere überhaupt nicht für Verzicht. Ich plädiere durchaus danach, dass die Menschen danach streben, glücklich zu sein. Ich würde nur vorschlagen, das genau zu untersuchen. Wir haben da zweieinhalbtausendjährige Tradition, wo man das vielfältig ausprobiert hat. Die beste Methode besteht nicht darin, dass ich mir ein Ideal vorstelle und dann auf Teufel komm raus, dieses Ideal verwirkliche, in Konkurrenz gegen andere Ideale. Weil wir sind ja nicht allein. Wenn ich jetzt eine buddhistische Gesellschaft durchsetzen wollte, dann würde ich sofort in Konkurrenz geraten zu den Christen, Moslems, zu den Atheisten oder wie auch immer. Das kann nicht der Punkt sein. Darum macht man im Buddhismus genau das Umgekehrte. Man sagt, was hindert am Glück? Leiden. Also muss ich Leiden mindern. Alles, was Leiden mindert, das können wir tun. Das leuchtet auch jedem ein. Und das befördert Glück. Also das kann man auch auf eine direkte Weise, indem ich sage, Glück ist ein Gefühl, ist eine Empfindung, ist ein Bewusstseinszustand. Gibt es vielleicht einen Weg, direkt in diesen Bewusstseinszustand vorzudringen, das den Menschen beizubringen, dass sie gar nicht den ganz komplizierten Umweg geben müssen. Sie müssen unbedingt sehr, sehr viel schuften, dass sie dann 14 Tage im Jahr Urlaub machen. Und dann können sie dort nicht glücklich sein, weil sie die ersten zehn Tage dafür brauchen, die Arbeit zu vergessen. Gibt es vielleicht einen Weg, einen direkten Weg? Und da kann ich nur sagen, ja, den gibt es. Und den gibt es in anderen Traditionen, in kleineren Ansätzen auch. Aber wenn ich jetzt mal das Positive am Buddhismus herausstreiche, dass er genau das betont. Er sagt, wir analysieren das Bewusstsein, das alle Handlungen begleitet. Und dann werfen wir alles weg, was in diesen Denkformen, in Bewusstseinsformen für uns hinderlich ist und leidvoll ist. Dann stellt sich das Glück von selber ein. Karl-Heinz Brotbeck, Sie stammen aus einer katholischen Familie, sind katholisch erzogen worden. Wie stark hat Sie jetzt das geprägt? Ja, sehr stark. Also ich bin immer noch jemand, der mit großem Respekt vor einer katholischen Kirche vorbeigeht. Und für meine verstorbenen Angehörigen, die ja alle katholisch gelebt haben, stelle ich auch eine Kerze auf. Da habe ich kein Problem damit. Also der Buddhismus hat kein Exklusivrecht für Spiritualität. Es hat mich insofern auch negativ geprägt, dass bestimmte Fragen, gerade kritische Fragen in meiner Jugend, einfach nicht beantwortet wurden. Und das hat mich so negativ geprägt, dass ich zunächst mal mich völlig abgewendet habe von Religion und nur noch mich der Philosophie zugewandt habe. Was hat Sie dann zum Buddhismus geführt? Ja, das war ein leidvoller Weg. Also zunächst, wie gesagt, war es die Abwendung von der Katholik. Eigentlich, ich muss das differenzieren, das Erlebnis in Kirchen zu sein oder so in aller Früh mit einer Kerze in einer dunklen Kirche zu sein, dieses Erlebnis habe ich immer wunderbar gefunden. Es ist auch so, dass ich heute noch die Kirchen sehr schätze. Also da hat sich mir spirituell schon etwas zugesprochen, was ich akzeptiert habe. Aber die Denkform, die mir Pfarrer oder auch Theologen vermittelt haben, das konnte ich nicht akzeptieren. Und ich wurde dann Atheist, sehr überzeugter Atheist, im Zuge der Studentenbewegung natürlich auch relativ links angesiedelt, was mich dann aber in eine persönliche Lehre hineingeführt hat und wiederum zur Suche auf den Weg gebracht hat. Und da habe ich wirklich sämtliche Religionen durchstudiert. Und naja, da bin ich beim Buddhismus hängen geblieben. Das ist eine kurze Antwort auf eine sehr lange Suche, eine sehr lange Geschichte. Sie haben dann Volkswirtschaft studiert, haben an der Universität gearbeitet, haben jetzt noch an der Universität, haben ja auch viel Geld verdient. Wie legen Sie persönlich Ihr Geld an? Das Letztere muss ich jetzt gleich sehr, sehr einschränken. Ich habe schlicht und ergreifend gesagt eine C3-Professur. Das ist also nicht zu vergleichen mit einem Ordinarius. Ich wohne hier in einer Mietwohnung. Da sehen Sie schon, dass ich nicht sehr viel Geld übrig habe, um es anzulegen. Wir haben eigentlich immer nur in uns selbst investiert, meine Frau und ich. Wir haben immer gesagt, es kommt uns darauf an, dass wir uns weiterentwickeln. Geld anlegen, das hat für mich eigentlich kaum eine Rolle gespielt, außer ein Sparbuch oder ein bisschen Festgeld. Also ich habe noch nie eine Aktie besessen. Ich habe noch nie Wertpapiere gekauft. Wenn jetzt jemand Geld erbt, sagen wir Hunderttausende Franken erbt, was würden Sie dieser Person dann raten, wie sie ihr Geld anlegt oder was sie mit diesem Geld machen soll? Ich würde zuerst mal fragen, was sie mit dem Geld will. Anlegen ist erst der zweite Schritt. Was will sie mit dem Geld? Will sie eine Alterssicherung? Da kann man sich überlegen, wie man das Geld gegenüber möglichen Inflationsgefahren oder sowas so anlegt, dass man im Alter tatsächlich davon dann leben kann, wenn das das Ziel ist. Wenn man irgendein größeres Objekt kaufen will, dann würde ich es auch noch vorübergehend anlegen und dann das Objekt kaufen. Wenn ich aber das Geld halten will und ich will nur eine möglichst große Rendite, dass am Ende wieder mehr Geld da ist, dann würde ich sagen, ich verstehe den Zweck nicht. Wozu soll das Geld gut sein? Also ich muss mir erst klar sein, wofür ich es verwenden will. Es gibt schon alternative Modellformen, die Produkte für mögliche Anleger so transparent zu machen, dass die wissen, ich habe jetzt hier 10.000 Euro oder 10.000 Dollar oder was auch immer, die lege ich an und ich weiß genau, worin ich jetzt investiert bin. Also nicht nur, ich kaufe mir einen grünen Fonds und das ist schon gut, sondern ich weiß genau, welche Papiere sind da drin, wie sind die Beteiligungen aus. Das ist nämlich bei all diesen grünen Anlagefonds oft nicht so ganz klar. Da sind sie an einer Firma beteiligt und die Firma ist wieder an einer Firma beteiligt und plötzlich sind sie in Waffenindustrie investiert und wissen das gar nicht. Und ich glaube, wenn man den Menschen Informationen gibt darüber, wie sie veranlagt sind, dann schlägt ein bisschen ein Gewissen und sie werden ihre Anlage so umschichten, dass es in eine, nach meiner Auffassung, soziale und ökologische Richtung geht. Also das ist zumindest meine Hoffnung dabei. Wenn Sie sagen, zum Beispiel Anlegen für Altersguthaben oder so, dann ist man ja auch darauf angewiesen, dass man das irgendwo investiert, dass es da ja auch eine Rendite gibt. Kommt man da nicht wieder dann in das alte Schema zurück? Mal ganz prinzipiell gefragt, wenn ich etwas erspare, ich spare mir 100.000 Euro, damit ich im Alter 100.000 Euro habe, wieso muss ich jetzt dabei eigentlich eine große Rendite haben? Das sehen Sie schon, da kommt ein ganz fremder Gesichtspunkt rein. Ich spare etwas, ich gebe jemandem Geld und später gibt es mir zurück. Ich muss doch eigentlich dankbar sein, dass er das über 20 Jahre sicher aufbewahrt hat, das Geld, und mir wieder zurückgibt. Wieso muss er eigentlich dafür noch zusätzlichen Zins erhalten? Also mal als prinzipielle ethische Frage. Darauf kann man nämlich keine Antwort geben. Darum haben über viele Jahrhunderte und Jahrtausende alle religiösen Systeme eigentlich gesagt, wenn ich Geld herleihe und mehr dafür verlange, dann ist das eigentlich ungerechtfertigt. Also das bloß als kleine, warum Rendite? Sicherheit, ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Die Sicherheit der Anlage, und darauf habe ich jetzt vor allem abgezählt. Es gibt ja jetzt Länder, in denen der Buddhismus verbreitet ist, wie Thailand, Indien, Sri Lanka. Das Wirtschaftssystem in diesen Ländern lehnt sich ja jetzt aber nicht an eine buddhistische Wirtschaftsethik an. Buddhismus als Religion und buddhistische Wirtschaftsethik sind also nicht dasselbe. Ja, es ist vor allem deshalb nicht dasselbe, weil es eine buddhistische Wirtschaftsethik in dem Sinn eigentlich noch gar nicht gibt. Es ist so, ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Dalai Lama, da hat er mich danach gefragt, ja, ich habe gehört, es gibt ja auch so etwas wie Buddhist Economics, buddhistische Ökonomie, aber das ist doch ein Witz, das gibt es doch gar nicht und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, ja, es gibt es nicht in den asiatischen Traditionen. Das entsteht jetzt dadurch, dass der Buddhismus in Westen kommt, dass der Buddhismus in Länder kommt, in denen die Ökonomie wirklich die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse dominiert, drängt sich diese Frage auch den Buddhisten auf. Und darum müssen sie ganz natürlich aus ihrer Tradition dann jetzt Antworten auf die Fragen finden. Darum hat sich ja auch, zwar ausgehend von Asien, aber jetzt im Westen sehr stark der sogenannte engagierte Buddhismus entwickelt. Das heißt, sozial engagierter Buddhismus kümmert sich um soziale Angelegenheiten und will nicht jemanden dazu erziehen, dass er irgendwann ins Kloster geht und dort seine private Erleuchtung findet. So ein wirklich soziales Engagement aus dem Geist des Buddhismus wird in den Westen reingebracht. Das hat was mit der Tatsache zu tun, dass wir im Westen eben den Prozess der Modernisierung schon hinter uns haben und in ihm leben und viele dieser asiatischen Länder machen ihn erst jetzt durch, diesen Prozess der Modernisierung. Es arbeiten viele daran und ich gehöre eben zu dir, viele ist jetzt ein bisschen übertrieben. Einige arbeiten daran weltweit und ich gehöre zu denen, die das eben ein bisschen mit vorantreiben. Aber ich kann mich nicht auf eine große Autorität berufen und kann sagen, der große Heilige sowieso im zweiten Jahrhundert hat Folgendes gesagt, auf den berufe ich mich, weil er zur Wirtschaft dies oder jenes äußerte. Das kann ich nicht sagen, sondern wir müssen aus den Prinzipien der buddhistischen Philosophie unseren Alltag durchforsten und sagen, können wir da vielleicht ein bisschen Licht drauf werfen und ein paar Zusammenhänge dadurch klarer und besser sehen und können wir vielleicht auch ethisch ein paar Ratschläge geben. Und ich glaube, das ist eine Perspektive in einer Zeit, in der man erkannt hat, dass die Erde endlich ist, in der wir eine Klimakatastrophe direkt vor den Augen haben, in der Ressourcenknappheit vor den Augen haben. Und wenn das nicht ein Verzicht sein soll im Sinn von Leiden, mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzen wir jetzt da und können nicht mehr tanken und bekriegen uns vor der Tankstelle, weil das Benzinknapp wird, dann kann man sagen, es gibt auch noch einen anderen Weg. Und der andere Weg kann entdeckt werden, wenn wir ihn nicht durch Vorurteile verdecken. Zum Beispiel, ja, das ist so eine Sozialromantik, das ist so eine Gutmenschenvorstellung, das passt nicht in unsere Zeit. Ich würde sagen, es passt sehr gut in unsere Zeit. Wenn es nicht hereingenommen wird, dann werden uns die Umstände dazu zwingen, dass wir darüber nachdenken. Wie sollte diese Wirtschaftsethik einfließen, jetzt auch in irgendwelche Unternehmen? Sollte da ein Ethikrat sein in jedem Unternehmen? Wie sollte das gehen? Ja, das ist ein bisschen paradox. Also im Buddhismus kritisiert man den Egoismus, das Ich, man betrachtet es Ich sogar als eine Illusion und sagt, alle Leiterfahrung geht letztlich auf diese Illusion zurück. Trotz dieser Kritik des Egos ist der Adressat der buddhistischen Ethik immer das Individuum. Also wenn wir jetzt von Unternehmen sprechen, da sprechen wir vor allem von Menschen, die in Unternehmen handeln. Ich glaube nicht, dass wir die Ethik von außen reinbringen können. Die buddhistische Ethik wäre der Auffassung, dass die Ethik in die Unternehmen reinkommt, über die Personen, die sie verkörpern. Die können was verändern. Das weist wiederum zurück, zum Beispiel ins Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, weist darauf zurück, dass die Studierenden wenigstens während ihrer Ausbildung mal was über Wirtschaftsethik gehört haben sollten. Es muss jetzt nicht unbedingt buddhistische Wirtschaftsethik sein, natürlich nicht. Und von dort aus bringen sie dann eine andere Haltung mit rein in die Betriebe. Es gibt ja einige, die schon sehr vorbildlich funktionieren. Wenn wir die Unternehmen von innen raus ethisch reformieren müssen, dann müssen die Menschen, die in die Unternehmen reingehen, erstmal neue, nicht neue Menschen sein, aber doch eine andere ethische Position vertreten als bisher. Also wenn ich reingehe und sage, das Unternehmen ist etwas, das mir nützt, ich muss maximales Einkommen darin erzielen, ich benutze das Unternehmen nur für meine Zwecke, und das sind sehr egoistische Zwecke, dann habe ich natürlich von vornherein eine Fehlhaltung. Da kommen wir auf die Bildung zu sprechen, dass das in der Bildung mitgegeben werden muss. Also Bildung ist wirklich das A und das O. Buddhismus kommt von Buddha, und Buddha ist der Aufgewachte, der Erweckte, der Wache. Es hat etwas mit Erkenntnis zu tun. Im Buddhismus geht es um Erkenntnis. Man sagt, letztlich gehen alle gesellschaftlichen Dinge aus unserem Bewusstsein, aus unserer Motivation hervor. In aller ältersten buddhistischen Lehrdichtungen, dem Dhammapada, lautet der erste Vers, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Oder an einer anderen Stelle sagt der Buddha, vom Bewusstsein wird die Welt gelenkt. Das ist verglichen mit unserer westlich aufgeklärten Philosophie eigentlich wie das genaue Gegenteil. Da sagt man, das ist genetisch determiniert, das Gehirn denkt, nicht der Mensch denkt. Es sind soziale Determinanten, die bestimmen, das Sein bestimmt das Bewusstsein, sagt der Karl Marx. Diese Vorstellung, glaube ich, verwandelt uns im passive Wesen. Da hat man dann die Ausrede, das sind ja Sachzwänge, so ist der Mensch halt, mit dem ist dick unterstrichen. Und da kann, glaube ich, der Buddhismus eine neue Perspektive reinbringen, indem er sagt, das Bewusstsein hat viel mehr Macht, als wir ihm zutrauen. Es ist nicht abhängig. Wenn jemand über längere Zeit meditiert, das ist etwas, was jetzt die Neurowissenschaftler richtig elektrisiert hat, dann verändert sich die Struktur des Gehirns, das ist messbar, das ist nachweisbar. Also diese, nennen wir es mal materialistische Vorstellung, dass alles von unten nach oben determiniert ist und das Bewusstsein ist oben ein kleines Wölkchen und ist völlig abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen, diese Vorstellung halte ich für grundlegend falsch. Und wenn das Bewusstsein wirklich in der Lage ist, diese Welt hervorzubringen, dann ist es auch in der Lage, eine andere hervorzubringen. Und darin liegt eine ganz, ganz große Chance. Sagt Karl-Heinz Brotbeck, Ökonom und Wirtschaftsethiker, im Gespräch mit Karin Ueltschi. Sagt Karl-Heinz Brotbeck, Ökonom und Wirtschaftsethiker, im Gespräch mit Karin Ueltschi. Sagt Karl-Heinz Brotbeck, Ökonom und Wirtschaftsethiker, im Gespräch mit Karin Ueltschi.